Was ist Eierstuckkrebs der Stufe 1? Eierstuckkrebs tritt auf, wenn die Eierstöcke krebsartig wachsen. Dieser Krebs tritt normalerweise stufenweise auf. Ärzte klassifizieren einen Fall normalerweise als Eierstuckkrebs im Stadium 1, wenn sich die Krebszellen nicht auf andere Bereiche des Körpers ausgebreitet haben. Die Symptome von Eierstuckkrebs im Stadium 1 sind oft sehr mild, und viele Frauen erkennen sie nicht einmal als Anzeichen für ein ernstes Problem. Frühe Diagnose und Behandlung werden als äußerst wichtig für das Überleben angesehen. Die Eierstöcke sind ein wesentlicher Bestandteil des weiblichen Fortpflanzungssystems von Säugetieren. Beim Menschen befinden sich diese im Beckenbereich auf jeder Seite der Gebärmutter. Die Eierstöcke sind für die Produktion der Mehrheit der weiblichen Hormone verantwortlich, zusammen mit der Eizelle oder den Eiern. Eierstuckkrebs kann sich in einem oder beiden Eierstöcken entwickeln. Wenn sich der Krebs nicht auf andere Körperregionen wie die Gebärmutter ausgebreitet hat, spricht man von Eierstuckkrebs im Stadium 1. Eierstuckkrebs wurde oft als stiller Mörder bezeichnet, da Eierstuckkrebs im Stadium 1 oft nur sehr wenige milde Symptome aufweist. Diese Symptome können sehr leicht mit anderen, weniger schwerwiegenden Beschwerden verwechselt werden. Einige dieser Symptome können Blähungen, Blähungen, Verdauungsstörungen, Übelkeit, Harnwegsstörungen und Rückenschmerzen sein. Andere Symptome von Eierstuckkrebs im Stadium 1 können ungewöhnliche vaginale Blutungen oder Ausfluss sowie schmerzhaften Geschlechtsverkehr sein. Die Diagnose eines Eierstuckkrebses im Stadium 1 umfasst eine vollständige körperliche Untersuchung, einschließlich einer Beckenuntersuchung. Ein Ultraschall kann ebenfalls verwendet werden, um ein Krebswachstum in diesem Bereich zu lokalisieren. Zur Bestätigung der Diagnose können auch Blutuntersuchungen durchgeführt werden. Die Behandlung von Eierstuckkrebs im Stadium 1 umfasst typischerweise eine Operation. Dies kann die chirurgische Entfernung eines oder beider Eierstöcke umfassen. Chemotherapie und Bestrahlung können auch eingesetzt werden, um die Ausbreitung des Krebses zu verhindern. Wenn sich Eierstuckkrebs auf andere Teile des Beckenbereichs ausbreitet, wie die Eileiter oder die Blase, spricht man von Eierstuckkrebs im Stadium 2. Das dritte Stadium des Eierstuckkrebses tritt auf, wenn sich der Krebs auf die Bauchdecken oder Lymphknoten ausgebreitet hat. Das Endstadium von Eierstuckkrebs ist als Eierstuckkrebs im Stadium 4 bekannt. Dies tritt auf, wenn sich der Krebs über die Beckenregion und die Bauchdecke hinaus ausbreitet. Organe wie die Lunge können in diesem Stadium betroffen sein. Dieses Stadium des Ovarialkarzinums ist das schlimmste Stadium und wird oft als das am schwersten zu behandelnde angesehen.